das ding ist hier kriege ich ja bei dem casino die 10.000 gestellt also ja ich würde sie mir gern auszahlen aber naja hier tut nicht ganz so weh gibt noch mal ja nice nice gute anzahl an mega gute anzahl 15 preispiele werden zweimal plus drei und zweimal plus zwei also die anzahl ist gut die anzahl ist gut jetzt müssen sie nur noch zahlen auf geht's guck mal wie die jetzt laufen wir brauchen war jetzt kommen da ist das erste gut mehr war jetzt weiter und bis zu fünfer multi können haben zwei ist der niedrigste bis zu fünfer multi können wir haben wir brauchen mehr als elf spins noch jetzt müssen sie langsam kommen ja wird es geben toni habe ich gestern schon angekündigt da haben wir noch ein dann habe ich noch acht spins noch mehr bitte noch mehr ja ja oh drei mit einmal okay das werden die ersten freispiele die 100x zahlen na endlich da endlich kommen jetzt können die noch einiges raus und zack die zahlen einem spin die 100x schönes ding schönes ding was haben die für einen geilen treffer gemacht auf dem dreier stark über 200x bam jetzt haben wir noch sieben spins oder jawohl kommen noch mehr wilds rein dann kann das hier richtig gut werden jetzt da ist doch weit reingekommen das wäre gute freispiele jawohl endlich die machen spaß so jetzt bin ich gespannt auf den dreier einsatz wir haben noch sechs spins wie viel wie viel können wir auf drei euro aus dieser slot rausholen ist für mich ja untypisch der einsatz aber macht trotzdem eine menge spaß schon 1000 euro auf dem dreier wir haben noch sechs spins kommen mehr wilds schade kein weit aber jeder spin ist jetzt eigentlich ein garantierter big win der wird noch fünf spins lang big wins es müssten noch mindestens müssen 2000 euro werden oder das müssen noch 2000 euro werden was hat er jetzt hier 130 kommt die müssen in einer reihe in einer reihe ja aber dann brauchen auch gute symbole vorne super super was ist das 150 es wird doch vielleicht schwierig mit 2000 euro wir brauchen so in einer reihe dass die ganzen wilds connecten und macht doch vielleicht noch mal ein wild rein nice aber der ist nicht ganz so gut 90 gar nicht mal 100 euro okay drei spins doch kommen eine reihe und gutes symbol vorne doch ein wild reingekommen noch ein wilds baby so viele wilds ich lieb's ich lieb's werden wir die 2000 euro knacken wir haben noch zwei spins 400 euro kommen es fehlt nicht mehr viel es fehlt nicht mehr viel eine reihe in eine reihe aber keine reihe aber egal trotzdem connected so viel durch ja das wären die 2000 euro jawohl 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 aber wir bräuchten den typen vorne wäre noch ein spin oder die dame wir haben hier bloß leider zehn und jott das sind die schlechtesten symbole kommen schon ein spin haben wir noch mal 500 euro für den und komm jetzt letzter spin können können ach schade nur schmutz symbole vorne schade aber mega auf drei euro das zeigt mal wieder dass man auch auf dem dreier dass man auch auf dem dreier hier eine menge rausholen kann 2300 euro schöne freispiele das schaffe ich sogar sehr oft nicht mehr auf dem 10er stark für den dreier richtig stark das waren jetzt wie viel x fast 800 x fast 800 x sehr stark die haben spaß gemacht so also hot fiesta wirklich ein geiler slot wenn die war jetzt auch reinkommen dann macht es auch eine menge spaß da knallt es die ganze zeit in jedem spin sehr geil sehr geil hot fiesta ok 162 hat er vor und wir haben alle sieben portal effekte jetzt alle sieben stück geil das ist die maximale anteils müssen wir hoffen dass wir alle kästchen aktivieren moin moin hallo dann alle kästchen jetzt aktivieren für das monster attacke wo die ecken sind immer am schwierigsten finde ich links der ecke haben wir schon mal jawohl unten links ist auch oben rechts ist auch es fehlt nur noch ein kästchen nur noch das kästchen wir mit fünf portal effekte also wenn wir jetzt mit diesen fünf portal effekten das nicht schaffen dann weiß ich auch nicht mehr wir haben wir haben das monster geil geil kommen attacke wir haben das monster und haben so noch die drei portal effekte auch so noch mal vielleicht was nettes raus jawohl schön dass noch mal 100 euro alle vier beisammen das schmeckt ich hoffe mit dem monster kommt noch mal was rum und so ein portal effekt haben wir noch ok kutulu komm ok gute position jetzt bräuchte man noch mal den typen weil er ein zweier multi dabei hat jawohl guter treffer da war doch mit den schwertern da war doch stark 1000 euro die hier noch mal rum kommen oh oh mein gott 3000 was was ich hab ich hab den noch mal 160 ich hab den noch nie so zahlen sehen was was ich hab turm of man es doch nie so zahlen sehen das gibt's nicht das gibt's nicht 3000 auf dem 10er bei turm of man es unglaublich also das ist wirklich ein ganz krasser hit für turm of man es das ist wirklich ganz krass 3000 damit hätte ich nie im leben gerechnet ich spiel den seit fünf jahren gefühlt jetzt noch nie so krass gewonnen noch nie auch wenn das so gesehen bloß 300 x waren aber für turm of madness für turm of man es ist das brutal krank wir sind schon im plus wir sind bei 15.000 und haben noch drei freispiele auf dem heftig stark stark wow 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 wir probieren es noch mal wir probieren es nochmal 25er bomb da hat ein pinker gefiel und die freispiele sehen wir da schlecht aus fünf skins noch aber da wird auch zu schwierig banan below und safe Oh, Herzen oder Äpfel Äpfel, oh mein Gott, mach Herzen noch Oh mein Gott Bananen Oh, die Herzen kommen safe, oder? Oh, das ist ein starker Tumble, das ist ein starker Tumble Oh mein Gott, mach nochmal einen dick Multi rein Oh mein Gott, der hört nicht mehr auf, mach Multi Bitte mach nochmal einen fett Multi rein Oh mein Gott Multi Oh mein Gott, der hört nicht mehr auf Mach doch nochmal einen verdammten Multi Yes, 20er Multi Die noch mal rein, let's go Guckt euch den an 3600, was? Was? Hä, der hat nicht mal Pikmin Animation gemacht Oh mein Gott Auf 4 Euro Oh, 50er Blau Nein, oh, was ist denn los mit dem Freispiel? Was ist hier los? Oh Alter, das ist ja die krasseste Sweet Bonanza Freispiel, die ich hier hatte Heftig Auf 4 Euro Oh, noch eine Verlängerung Was? Was? Hä, wie krass Oh mein Gott Zwei Verlängerungen So eine dicken Tumbles und Multis Was da Was haben wir hier für eine Runde erwischt? Was ist denn hier los? Ey, krank Warum hat er mir aber nicht die Pikmin Animation bei 3800 Euro gezeigt? Nur wegen der scheiß Verlängerung, ne? Wegen der Verlängerung hat er mir nicht diese Pikmin Animation gezeigt Junge Komm Pink Yes Trauben Yes Multi auch Bananen Yes Melonen Auch wieder nochmal 100 Oh mein Gott Was sind das für kranke Freispiele? Hallo Julia Hallo Julia Komm Oh, wieder 25er Multi Bananen Trauben Ja Trauben Ja Was ist denn hier los? Was sind das für Freispiele? Wieder 250 Euro Was? Ey, das sind die krassesten Freispiele, die ich hatte Weiß wie Bonanza Ich sag's euch Ey, heftig Auf 4 Euro Auf 4 Euro gekaufte Freispiele Zack 4500 jetzt schon gezahlt Das Ding Oh mein Gott So, 3 Spins noch Also Das war, also Krank Das war ein kranker Freispiele Super untypisch für Speed Bonanza Super untypisch Holy Shit 4500 Wir gehen rein Rocket Reels Ich sag gleich dazu Der Slot Hat bei mir noch nie gegönnt Noch nie Neh, mal kurz einen Schluck Wasser Ich red schon wieder so viel wie ein Wasserfall Also der Slot hat noch nie gegönnt Es wäre jetzt geil, wenn er endlich mal gönnt Premiere wäre das Premiere Ich bin essen Meinst du, du bist unterwegs oder du bist schon wieder raus? Auf geht's 8 Spins Wir brauchen dicke Raketen Erstens bin schon mal keiner dabei Wir brauchen richtig dicke Raketen Solche Oschis müssen das sein Weil umso größer die Rakete Umso größer der Multi Oh, der Hit 75 Euro für die Roten Darauf Multis wäre es direkt schon gewesen Erster Spin 85 Euro ohne Multi Okay Raketen Das sind die kleinsten Guck mal, das sind kleine Raketen Die wollen wir nicht Guck mal, die haben bloß 2er Multi Da können Raketen drin sein Die haben bis zu 75er Multis Oh, das ist die größte Mal gucken Jetzt wird's interessant Danach müssen wir connecten Wir müssen jetzt connecten Im nächsten 25er Und jetzt muss er connecten Jetzt muss hier was runterfallen Die blauen Nein Nicht connected Schade Nein, da ist ja kein Multi dabei Doch, der grüne 200 Euro, okay Wenigstens ein Hit hat man Oh, warte Die blauen nochmal, oder? Ne, schade Okay Zweiter Ne, dritter Spin war das 230 Euro Wir haben den Durchschnitt Schon wieder erreicht Wir sind schon bei 300 Aber wir wollen mehr Ja, guck Jetzt kommen die ganzen schönen Hits Wenn keine Raketen drin sind Kommen die ganzen schönen Hits Oh, ist das gemein Wir haben noch 4 Spins Komm, mehr Raketen 75 Euro schon wieder Rot ist echt das beste Symbol Kleine Raketen wieder Wir brauchen große Mal gucken, was ist da drinnen Vierer Multi War ja Aber wir sind auf jeden Fall Über den Durchschnitt Also wir können uns schon wieder zurücklehnen Nichts connected Drei Spins haben wir noch Wir sind schon bei 400 Euro Denn Jawohl Da ist wieder eine richtig fette Und die hier ist auch ganz gut So, jetzt wird es interessant wieder Was ist da drinnen? Links Wieder 25er Multi Wie gesagt, bis zu 75er geht es Jetzt Da oben sind rote Steine Wir bräuchten jetzt links davon welche Das wäre mega Hier haben wir nochmal ein 10er Multi Okay, gönn Oh Oh, tausende Tausende auf orange Jawohl Jawohl Da knallt es direkt Tausende Freunde Es hat doch funktioniert Es hat gegönnt Es hat gegönnt Let's go Oh, sehr stark Sehr stark Habt ihr es gesehen Links Habt ihr es gesehen Die Orangenen Und dann die ganzen 25er Multis drauf Geile Nummer Wir haben noch zwei Spins Wir haben immer noch zwei Spins Vielleicht kommt noch was bei rum Komm Ah, leider nur kleine Raketen Schade Nur kleine Mal gucken Ich glaube, ich weiß nicht Der größte Multi bei so einer kleinen Rakete Ist glaube ich mal 5 Größer kann er gar nicht werden Okay, mal gucken Vielleicht connecten wir Ja Kleine Hits Kleine Hits Ein Spin haben wir noch So, der hat jetzt ein Fuffi gezahlt Der Spin Oh, nee Ufo Kommt nochmal Das kann auch noch passieren Stimmt Jetzt saugt ihr nochmal ein paar weg Das hätten wir bei einem großen Multi gebraucht Aber naja Da drüben haben wir nochmal einen Hit Nochmal ein 60er Hier drüben auch nochmal 27 Okay Zahlt die Runde auch schon wieder 145 Und jetzt Letzter Spin Hast du nochmal was für mich? Oh ja Oh ja Da sind nochmal ein paar Raketen Oh mein Gott So viele blaue Kann er sich die nicht aufheben Wenn Multis am Start sind So Hier können 10er Multis aufwärts drin sein 10 Aber wir haben hier noch eine Wir haben hier noch eine Auch nochmal 10 Okay, bitte lass da nochmal was hinfallen Komm Gönn Nichts connected Schade Okay, Top Freispiel auf dem 5er Einsatz 1600 Euro Über 300x Rocket Wheels hat endlich mal ein bisschen was gegönnt Aber der hat ein Potential von 10.000x Also wir hatten jetzt 300x von 10.000 Da ist noch Luft nach oben Aber es waren trotzdem sehr geile Freispiele Haben Spaß gemacht Cooler Slot Sehr cooler Slot Rocket Wheels X-Ways Order Ja krass Ja krass Ja krass Okay, los geht's Auch coole Musik bei dem Slot Perfekter Start Auf jeden Fall Domenick Los geht's Abend Was den Tag nicht vor dem Abend Das stimmt auch, Safit So, okay Ich bin ruhig Ich bin ruhig Komm Wir brauchen X-Ways Oh, ersten zwei Spins Schon mal kein X-Ways Ja komm Nach den guten Freispin Die wir jetzt hatten Jetzt kann auch mal ein schlechtes dabei sein Okay, X-Ways Das gibt einen extra Spin Jetzt haben wir noch vier Spins Wir brauchen mehr X-Ways Ich wünsche dir fette Gewinne Dankeschön, Alex Jawohl Zweite Dritte Gut, gut, gut Jetzt noch in der Mitte Wäre wichtig Wir haben fünf Spins noch Und das Symbol ist auch schon mal weg In der Mitte wäre jetzt noch gut Gerade keins dabei gewesen Nichts Connected Wir haben bis jetzt erst drei Euro Vier Spins noch Komm, in der Mitte in den X-Ways rein Okay Leider nicht in der Mitte Aber da hinten Immer noch vier Spins Gib dir einen extra Spin Komm, Mitte 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 Jetzt haben wir mal einen Hit Okay, 90 Euro Immerhin etwas Drei Spins noch Gleich kommt noch mal was bei rum Immer noch kein X-Ways in der Mitte Wieder kein Hit Zwei Spins noch Krieg kein X-Ways in der Mitte rein Jawohl Aber der Connected noch mal durch Er hat bloß ein Fünfer Multi Gerade ist auf dem anderen kein Multi War noch mal 110 Wir sind bei 200 Und Letzter Spin Wenn er kein X-Ways mehr macht X-Ways Jawohl Wir haben noch mal einen extra Spin Jetzt gutes Symbol Okay, Connected noch mal Gut Wieder Freispiele im Durchschnitt Überm Durchschnitt Überm Durchschnitt Freunde Wieder gute Freispiele Überm Durchschnitt Ja, Mega Mega Guck mal Der geht sogar noch weiter Oha Ey, wieder Top-Freispiele Auf geht's Auf geht's Explodiert er noch mal? Okay, aber nicht mehr so viel Okay, krass Krass Wieder Über 700 Euro Wie heftig Explodiert er noch mal? Ne, 600 Grad Okay Komm Wir haben noch mal einen Spin Mach die 1000 noch voll Mach die 1000 jetzt noch voll Komm, irgendein Symbol von da vorne rein Yo Oh, der ist noch mal gut Der ist noch mal gut Der geht voll durch Plus die ganzen Multis Let's go Den lass ich noch mal laufen Den lass ich noch mal laufen, Alter Wie viel wird das sein? Wie viel haut er hier jetzt noch mal raus? Ich bin gespannt Ich bin gespannt Das könnte doch noch mal locker So ein 1000er sein, oder? Jetzt muss er richtig explodieren Ne Aber safe ein 1000er, oder? Safe Macht er den 1000er? Macht er den 1000er? Ah, er macht ihn nicht Doch Ja Nochmal 1000er, Baby Geile Freispiele Heftig 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 Der hat so schwach angefangen Die ersten drei Spins vermasselt Und guckt euch das an Oh mein Gott, der geht immer noch 2000 Euro Freispiele schon wieder 2000 Euro Freispiele Boom Ey, der geht immer noch was Der hört nicht auf zu zählen Macht er die 2000 voll? Macht er die 2000 voll? Oh mein Gott Schafft das? Geh noch mal explodieren Nein, knapp Oh mein Gott Dank 2600 Euro für das Freispiel 2600 auf dem Fünfer Ist das heftig Ist das heftig Was ist hier los? Puh Ich bin außer Puste Auch auf dem Tier Alright Grüß dich Maxim Auf einen neuen persönlichen Rekord Grüß an den Chat Und ein liebes Hallo An die besten Mods Danke Mosi Grüß dich auch Willkommen im Stream Heute läuft es Maxim Gestern war nur Müll Ist wirklich so Gestern Naja, was heißt nur Müll? Also gestern haben wir mit den Freispielen Ich glaube 3000 Euro Minus gemacht Das war noch okay Da gab es auch schon schlimmere Openings Okay, 13 Freispiele Auf geht's Viele Whites Bin lang dabei Irgendwas stimmt nicht Ich dachte am Ende kackt die Ente Vielleicht heute am Anfang Und am Ende So, erste White ist drin Wir brauchen mehr davon Jawohl Die können bis zu einem Fünfer Multi haben Bis zu einem Fünfer Multi können die haben Jawohl Wir haben schon wieder Oh, das ist eine volle Linie Das ist eine volle Linie, Freunde Es geht weiter mit den Big Wins Es hört nicht auf Es hört nicht auf Wie viel wird das sein? 400 Euro Wir sind schon wieder im Durchschnitt Und das ist der Anfang gerade mal Wir haben noch so viele Spins Und wir haben schon drei Whites Wenn der mir jetzt noch mehr Whites reinpumpt Dann wäre das auch wieder Tipp Top Freispiele Komm Mehr Whites Jawohl Wieder ein White drinne Wir haben schon vier Whites Vier Whites Es geht los jetzt hier Jeder Spin könnte jetzt hier schon wieder knallen Die nächsten 172 Das wären auch wieder 1000 Euro mindestens Wieder mindestens 1000 Euro Weiter, komm Jawohl Oh mein Gott Hier hätte einer sein müssen Da wäre das voll durchgerattert Egal Nächster Big Win Nächsten 200 Euro Das ist unglaublich Mehr Whites Wir haben noch sechs Spins Komm Mehr Whites Schade Tausender ist schon wieder drin Auf vier Euro schon wieder 1000 Euro Oh mein Gott Whites Immer noch nicht Vier Spins noch Vier Spins noch Also selbst mit vier Whites Kann man hier schon mega gut raushauen Nächster Big Win Wird es zwar bloß ein kleiner sein Was sind das 100 Euro 90er Nehmen wir Nehmen wir Wir nehmen alles mit Gib alles ehrlich Und alles raus aus der Maschine Komm Keine Whites mehr Weiß Spins noch Wieder kein Big Win Und letzter Spin Der connectet gar nicht mehr Doch hier mit den Cars Okay Ey wieder Top Freispiel Auf vier Euro 1250 Wieder über 300 X hier rausgeholt Aus der Maschine Läuft Gestern gut rausgeholt Heute schon wieder gut rausgeholt Aus Hot Fiesta Der läuft in letzter Zeit Nice Bis 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 Bis